Einen Schalbieren lassen für 3 Euro. Ja und da kannst du doch so einen ganzen Koffer kaufen. Mit ein paar Schläger und... Das war die mit den Bräuern drin. Ey Ballmaschine schon. Ey da ist eine Ballmaschine drin. Ey hoffentlich hau die auch die Bälle. Ey Jörg, mit dem Holz hab ich schon gespielt. Mit dem Holz hab ich schon mal gespielt. Das ist ganz voll, das ist klar. Ja, jetzt sind wir über das Ziel. Ja, das ist gut. Seit wenig wird der Gegenteil. Ja, das gibt's eine grünste Beine. Ja, ja. 20 Euro. Ey, ein Schuss ist klar. Einmal ist diese Arbeit mit dem gefühlt. Ich hoffe, dass das bei so einst wird. Und wir haben auch ein lustiges Wunderes Leben. Ich denke an unsere neuen Gäste. Und wir haben Rostrück, die wir ganz sicher besorgen. Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bester Büro. Ja, auch zu hören war schon. Und wir haben sie aufgetreten. Und das ist die Pizzer. Ähm, es sind zwei Tage abgegangen. Vor der Pause und nach der Pause. Und wir haben sie dann. Mit der Hoffnung, dass wir das zwei Tage abgeben. mit der, über die informação ja nochmals an der Pfanne. Und jetzt! Ist das eine schöne Grenade? Und wir haben jetzt ein schnell. Gut, dass wir uns da haben, Und wir haben jetzt noch ein ganzes Kurs. Wir haben die Prämmungs- und wir haben hier noch gerne das zweite ihr Programm verbraucht. Und zuerst, also auch die eiligische Praktatorin, die vom Programm gegen die Weihstraße anwesendeten. Zuerst Bastian Müller. Und Christian Wixack. Die Weihstraße des heutigen Abends in Spassi aus Prag. Bei zweifache Kitzelern weißt den Doppel und gewünscht mit Doppel. Der Römer weißt den gewünscht mit Doppel. Zweifache Römer, also Zweite. Und seine erste Platzierung mit dem Bergkagister von Nürnberg. Und seine Mathe hat die Römer in Spassi aus Prag. Einfache Römer. Dreifache Römermeister im Einzelnen und gewünschten Römer. Die 25 von incidence Römer in Römer- und Frünion. Die 2. Jahrzehnte Deutsche Meister Ladies Römer. Und den 20. Jahrzehnte Römer27. Sie haben 20 Vachgenmeister in drei Vier Es ist eine sehr wenige Pause und als Wettbewerb des Vorgangs sehen Sie dann die Show zwischen Jörg Ronski und Schalski. Noch zwei E-Präsidenten in den Prospektvertagen und auch so vor der Zettel. Deshalb gehen Sie bitte in der Firma Sportschrein. Bitte füllen Sie diese Zettel aus und gehen von vorne an die Gasse ab. Bis später ist es eine Pause. Nach der Veranstaltung finden Sie dann die große und gute Preise statt. Applaus 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 ... ... ... So, nächstes Mann ist alles. Ah, geht's! Hm? 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 Wow! 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 Hm? Nee? Oh! Nee? Nee? Ja? 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 Das ist ein wenig. WELCOME WELCOME Vielen Dank. 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 Applaus Okay. Yeah. Ja. Okay. Yeah. 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 Die Tschechen sind gut. Die Tschechen sind gut. Pass auf. Oh! 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 So! Schläge runter! Butterfly! Zugelassen! Butterfly! Zugelassen! Rackenlänge! Zugelassen! Butterfly! Ja, Butterfly, aber wenn ich zu klein bin, dann kann ich das. Ja, ich bin zu klein. Ja, lecker, das geht es dir. Passagieren. Ja, raus. Krossing, oder? Ja. Du, du? Okay. Ich kann dich raus. Pass auf. Ja, ich bin zu klein. Pass auf. Ja, ich bin zu klein. Zack! Oh! Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, ach! Ach, ach! Ach, ach! Ach, ach! 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 Sieben, sechs. Du musst langsam etwas tun. Ganz gut. Ja, ja. Du bist zu schwach. Na einen Moment. Ich bin zu klein, ne? Ach, ach. Ach! Nörg. Der ist diem viel Licium! syok! Do kannst du klein, oder? Ja, halt, static. Ja, das ... Okay! pior, das jetzt da. Das purem... Ja, bitte! Wahnsinn! 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 Und herflich! Ah, post! Nichts aber, Mann! Nass! Aber pass auf, du hast nur zwei Punkte Vorsprung. Nein, ich habe eine bessere Idee. Was? Ich spiele mit zwei Bällen. Dann zwei Punkte für mich. Wahnsinn! Das ist egal. Zwei Bälle? Zwei Bälle, zwei Punkte. Für jemanden. Ist auch gelockt? Warte auf, Leine! Nichts Problem. Aber, Konzentration. Eins, zwei, eins. Warte auf, Leine! Warte auf! Warte auf! Warte auf! Warte auf! Warte auf! Warte auf! Das sind sie hier! 3 Bälle und 3 Punkte 3 Bälle und 3 Punkte 3 Bälle 3 Bälle 3 Bälle und 3 Punkte 3 Bälle und 3 Punkte Jetzt, Herr Schiedsrichter, bitte Full Konzentration Full Konzentration Das ist nicht wahr Konzentration Aber du auch 3 Bälle 3 Bälle 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 9 6 6 6 6 7 6 8 7 8 8 9 9 9 10 10 11 10 11 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 14 14 15 15 15 13 15 22 22 23 23 Aber letztes Mal, ich bin der Spieler! Steffi Graf! Monika Sösch! Ich muss keine Vorlesen dabei haben. Das ist kein Penis, das ist nicht schlecht! Wir haben das nicht mit deiner Hand? Ja, meine Hand. Meine Hand. Hallo! Ich weiß, ich meine Seite! Das ist klar, oder? Das ist klar, oder? Butterfly! Oh! Paneokracie Téplom, Carbom, Titaniou! Direkt aus dem Kinoch Gerstichle! Besucher von Lüben! Schpickle! 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 Aufschlänke! Spickle! Was als? Schmitzel. Komm nachher. Fürstlich laut. Fürstlich laut. Fürstlich laut. Fürstlich laut. Fürstlich laut. Ja, gut. Was kommt jetzt? Jetzt kommt Spiegel. Jetzt kommt Spiegel. Ja. Noch leicht. Jetzt kommt Spiegel. Cool, gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Kann die觃be sein? Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich. Schaffst du das? Nein. Boah, er hat ein Gefühl. Abwehr, Unterschnitt. Das ist nicht schlecht. Schaffst du auf Topspin? Kein Problem. Schaffst du auf Topspin? Boah, Topspin auf. Wahnsinn, Wahnsinn. Abwehr, genau? Super. Sehr gut. Schaffst du auf Schuss? Oh, was? Schaffst du auf Schuss? Keine Ahnung. Ich noch nie probier. Noch nie? Also gut, dann probier mal noch Schuss. Okay. Schaffst du! Oh, was Herrscher? Oh, war's, nein? Oh, was Herrscher? Tom, auf? Oh, das kann jeder, okay? Ha! Test drauf! Woziek, wozu! Nein, nein! Und das Rechte! Aber pass auf! Es war noch schöne Zeit vor 40 Jahren. Keine Belege, nur Holzbrett, längere Ballwechsel, wie heute Abschlag zum Schluss. Es war noch schöne Zeit. Pass auf! Positiv! Längere Ballwechsel! Ja, hoch! Ja, und du dich! Leftig! Ja! Es war noch schöne Zeit! Längere Ballwechsel! Komplettig! Anja! Es war noch schöne Zeit! Ja! Längere Ballwechsel! Es war noch schöne Zeit! Ja! 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 Einfach Mauch! Hey! Komm mal aus! Komm mal aus! Komm mal aus! Ah! Komm mal aus! Ah! Ich mach den Tod von Baumeistag! Okay! Moment! Ja bitte! Aber ihr könnt ja schliegen! Vielleicht! Oh! 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 Goof! Oh! 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 還il strongly Du queens! Du queens! Du queens! Du queens! Du nimmer! Das war's! Brauch! Weißt du was ist das? Fischtennisroboter hier zu Hause. Jetzt kannst du Hefanski vor Ohan Topspät geben. Applaus Topspät Ja du bist du? Ja 1.2 wenn du ich gehst. Fischtennisroboter hier. Fischtennisroboter hier. Schtennisroboter hier. Fischtennisroboter hier Max Giffen, männlich, jetzt. Fischtennisroboter hier. Kieb ich. Ich bin mal. Auslaki, das. Du bist fit, erra. Ok. Ja, Auslaki. Ok. Ich bin mal Auslaki. 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 Das ist auch lecker. Erra! Auslaki. 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 Zwei Vist du Applaus Applaus Achso, wer hat? Ja, die ist eine Frage. Gott sei Dank. Endlich ich. Hast du richtig. Komm. Ja. Schön. Komm, oben mit an. Vorsicht. Also, pass auf. Ja, komm. Mal sitzen. Ja, hast du recht. Mal sitzen. Achso, okay. Genau, aber weiterspielen. Aber was da beim Tischten ist, darf man nicht sitzen auf dem Tisch. Mal liegen. Kein Problem. Aber bitte nicht schießen. Das ist zu gefährlich. Nicht schießen bitte. Du auch nicht. Nein. Nein. Nicht schießen bitte. Absolut gefährlich. Nicht schießen bitte. Nein. Nicht schießen, gell? Ja. Nein. Das ist zu sein. Das ist zu antworten. Mal sein. Wer hält sich? Das hat keinen Absicht. Okay? Wer hat? Ich. Was hat's gemacht? Ich. 13. 10, 15 10, 16 Also Posicht, du bist brav? Du bist am Traut Amt der okay Was kann du hier okay? Was kann du auch? Du bist brav Kom, du bist brav Was ist das? Du bist brav Posicht, du bist brav Posicht Du bist brav Du bist brav Du bist brav Du bist brav Wieso? Du? Du bist brav Ja mach schon zwölf All right Ach du bist du? 16. 5,6. 6,6. 6,6. Komm, bin ich schon heiß. Ich bin heute gut drauf. 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 Ja! So, glaubst du nicht? Jetzt hab ich dich nicht mehr waschen. Du hast deine Wiener, ja? Bambi, du hast deine Wiener. Bambi, du hast deine Wiener. Bambi, du hast deine Wiener. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die 3 ist die 3. 90 zu Sicherheit. Zu Sicherheit. Ah, das ist ein 2. Okay. Ah! Schon passt. Sehr gut. Das war das jetzt aber... ...schau, schön an. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das war das jetzt aber... ...könig schau, schön an. Sehr gut.